Moin Leute, ohne Scheiß, ich bin dermaßen genervt, also so richtig, so schlimm, dass ich das rote Licht angemacht hab, denn ich kann diese EEG-Scheiße, den ganzen PV-Anmeldungswahnsinn und so weiter einfach nicht mehr sehen. Aber fangen wir von vorne an, ich hab meine Anlage ja selbst gebaut, mit Hilfe eines Elektrikers angemeldet und beziehe ja sogar Einspeisevergütung, also DIY-Anlage und alles so weit konform angemeldet. Aber was ich da jetzt alles wieder erlebt hab, das kann sich echt einfach keiner ausdenken, ich find's einfach mega krass. Ich erzähle euch heute meine Erfahrungen mit dem mit den Erneuerbaren-Energien-Gesetz und mit dem ganzen Horror, der damit verbunden ist. Also heute ist eher so eine Folge, wo ich heute einfach mal so ganz persönlich und privat den ganzen Wahnsinn, den ich da erlebt habe, einfach mal erzähle. Ja, das ist halt so ein bisschen Real-Life-Satire. Jo, alles fing so schön und einfach an, ich hab mit meiner Freizeit ein paar tausend Lithium-Zellen aus gebrauchten E-Bike- und Notebook-Akkus von Hand recycelt, hab mir daraus einen schönen Speicher gebaut, 15 Kilowattstunden, der war praktisch umsonst und dann hab ich mir eine PV-Anlage aufs Dach geschraubt und ich war echt happy. Also der technische Part war anstrengend, aber es war eigentlich jetzt nicht so ein Drama. Was man jetzt wissen muss, die Anlage war komplett vom öffentlichen Netz getrennt damals, ne, also heute nicht mehr, aber damals war die echt getrennt. Also das ganze Haus lief über Akku bzw. PV. Wenn der Akku dann leer war und die PV nichts mehr lieferte, dann wurde wieder auf öffentliches Netz umgeschaltet. Aber das war halt ein mechanischer Schalter, also es ging nur entweder oder. Ich konnte nicht beides haben, das ging einfach mechanisch gar nicht. Und in meiner Naivität dachte ich mir damals, kann dem Netzbetreiber und dem Staat ja eigentlich völlig egal sein. Ich brauch ja nur weniger Strom eigentlich, ne, so müsste das ja für die aussehen. Ähm, das war's. Aber ich bin ja sowas wie ein braver Bürger und dachte mir so, wär ja geil, wenn die wüssten, dass ich jetzt etwas weniger verbrauche, dann können die vielleicht besser planen oder so. Also ich hab da irgendwie, weiß ich auch nicht, dachte so, ja, man ist ja nett. Und falls ihr euch jetzt fragt, muss ich so eine Off-Grid-Anlage überhaupt anmelden, ähm, denn Off-Grid, so nennt man das, ähm, ja, muss man tatsächlich. Es ist mehr oder weniger Pflicht, die anzumelden. Die Diskussion hatten wir nämlich schon tausendmal. Und es ist so, erst wenn ihr gar keinen Netzanschluss mehr im Haus habt, dann seid ihr wirklich frei. Also dann müsst ihr es tatsächlich gar nicht mehr anmelden. Aber hört euch erstmal den Rest an, das wird gleich auch nochmal was klarer. Okay, folgendermaßen lief das damals ab, ja. Ich hab meine Anlage im Marktstamm-Datenregister angemeldet. Naja, zumindest soweit das ging. Bei den Angaben zur Einspeisung, da musst du ja dann sagen, Voll- oder Teileinspeisung. Also ich speise eigentlich gar nicht ein, also damals. Und dachte mir, okay, dann nehm ich halt Teileinspeisung. Das war dann das Niedrigste, was ging. Mich warnte da schon Übles. Aber alles gut und war ja alles soweit angemeldet. Dann erstmal ein paar Monate Ruhe. Ja, war eine trügerische Ruhe, denn es kam direkt eine E-Mail über das Marktstamm-Datenregister. Und der Netzbetreiber schrieb mir, Lieber Herr Schmitz, bitte melden Sie Ihre Anlage in unserem Einspeiseportal an. Ja, das klingt erstmal scheiße, denn ich speise ja gar nicht ein. Also damals, wie gesagt, ne. Kein Problem, kann ich aber machen, habe ich mir gedacht. Ist ja auch kein Thema. Das habe ich dann auch versucht. Und naja, was soll ich sagen? Damals war es halt so, ich speise halt nicht ein, Leute. Und das ging einfach nicht. Also das System kannte den Fall einfach gar nicht. Und das Marktstamm-Datenregister kannte den Fall ebenfalls nicht. Aber ich war trotzdem dazu verpflichtet, das anzumelden. Also gezwungen. Und ich hatte es ja schon gemacht. Das heißt, ich kam aus der Nummer auch nicht mehr richtig raus. Dann dachte ich mir, okay, ist ja bestimmt nur ein Missverständnis. Es ist ja auch eher so ein ungewöhnlicher Fall. Ja, sehe ich ja auch ein. Ist okay. Also schrieb ich dann zurück und erklärte alles ganz genau und das möglichst detailliert, damit klar ist, was los ist. Letztlich war dann aber der Satz auch da, ich speise nicht ein, das ist eine Inselanlage. Ja, und das habe ich über das... ... dann eingecheckt. Also abgeschickt an den Netzbetreiber quasi. Ja, und dann hieß es warten, 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 warten. Ja, ich seht jetzt hier gerade, die Frau stellt jetzt hier den Netzbetreiber dar und ich bin dann so dieser schlafende Kerl. Wobei unser Verhältnis wohl nicht ganz so harmonisch ist, aber okay. Nach einigen Monaten kam dann die Antwort. Lieber Herr Schmitz, bitte melden Sie Ihre Anlage in unserem Einspeiseportal an. Da dachte ich mir, die kenne ich doch schon. Aber das kann ich auch und schrieb dann einfach genau dieselbe E-Mail, die ich damals geschrieben habe, auch wieder. Ja, und dann wieder warten, 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 warten. Und ratet mal, da kam eine Antwort. Lieber Herr Schmitz, bitte melden Sie Ihre Anlage in unserem Einspeiseportal an. Ja, und das Spiel ging dann fast ein ganzes Jahr lang, bis ich mich dazu entschlossen habe, die Anlage umzubauen und dann wirklich einzuspeisen. Und ohne Scheiß, das ist kein Witz, dann war es einfach, ja. Ja, das ging dann sogar halbwegs. Es war immer noch viel Papierkram, aber das war dann irgendwie lösbar zumindest. Ja, sag mal, irgendwie ein bisschen Bürokratie und dann hast du es geschafft. Also der Standardweg läuft halbwegs, fand ich jetzt. Und der Netzbetreiber war tatsächlich dann auch ganz okay. Also wir hatten auch hin und wieder mal Kontakt, gab hier noch so ein paar Fragen, die man da klären musste. Und das war dann aber eigentlich alles soweit okay. Also da kann ich jetzt nicht sagen, dass der Netzbetreiber irgendwie schlecht war oder sowas. Es sind halt nicht alle böse, das darf man jetzt, glaube ich, auch nicht so krass sehen. Aber es gibt halt echt krasse Probleme in diesem System. Naja, ein anderer Zuschauer hatte dann mal dasselbe Problem, ja. Also eine Off-Grid-Anlage und wollte die bei seinem Netzbetreiber anmelden und hat dann angerufen und dachte, ich frage lieber erst mal nach, was soll ich denn da eigentlich machen? Und die Antwort, die war schon ziemlich geil. Die haben dann gesagt, bitte, bitte melden Sie diese Anlage nicht an, ja. Das ganze System kann das nicht. Das ist einfach nicht vorgesehen. Also so rein IT-mäßig an offensichtlich. Die meinten dann, dass sie wissen, dass er das tun muss, aber es geht einfach nicht, ja. Und das fand ich echt interessant. Denn das alles erinnert mich irgendwie so ein bisschen an so ein Deadlock aus der Informatik. Ähm, beziehungsweise andere Probleme aus der parallelen Programmierung, ja. Hier gibt's im Übrigen noch ein geiles Buch über Betriebssysteme und vor allem, wie man die Blockierung von mehreren parallelen Prozessen vermeidet. Das wäre doch vielleicht mal was für die entsprechenden Stellen hier. Vielleicht ist das Ganze aber auch ein grundsätzlich deutsches Problem. Wir wollen immer alles kontrollieren und regeln und jede Kleinigkeit abdecken, um ja niemanden zu benachteiligen. In meinen Augen führt das letztlich eher genau zum Gegenteil. Und das behindert auch kreative Menschen wie jetzt mich oder viele andere Bastler und Erfinder. Also ganz häufig ist das wirklich echt nervtötend. Der zweite, der aktuelle Wahnsinn, ja. Das ist halt auch wieder echter Hammer. Also letzten Dezember meldete sich mein Stromanbieter bei uns. Und hat, dann ist der Vertrag ausgelaufen und hat uns dann von 27 Cent die Kilowattstunde auf super entspannte 64 Cent die Kilowattstunde hochgesetzt. Fand ich echt nett. Dachte ich mir, alles klar, das klappt so nicht, ne. Das wird ein bisschen zu teuer. Also habe ich direkt den Anbieter gewechselt und dachte mir dann, alles klar, jetzt checkst du mal so einen Börsenstromtarif aus. Also einfach, ich wollte es mal ausprobieren. Ja, auch für den Kanal hier, weil ich Interesse habe. Ich erkläre aber gleich noch ein bisschen mehr dazu. Also ich bekomme jetzt praktisch jede Stunde einen anderen Strompreis. Also ernsthaft jede Stunde. Und das klingt erstmal krass, aber wenn man auf so Smart Home steht und einen richtig dicken Akku hat, also so wie ich jetzt, dann kann das echt interessant sein. In meinem Fall ist das Tibber, da habe ich mich angemeldet. Es gibt aber auch noch Avatar, glaube ich, und möglicherweise auch noch mehr Anbieter. Bei uns jetzt hier in der Region gab es nur Tibber, deswegen hatte ich praktisch keine Wahl. Aber okay, zurück zur Idee. Okay, ich verschiebe jetzt erstmal viele Verbraucher, wie die Spülmaschine, die Waschmaschine, einfach in die Nacht. Das kann man ja machen mit so einem Vorwahlprogramm, ist relativ einfach und da ist der Strom meistens relativ günstig. Auch unsere Brauchwasserwärmepumpe kann ich, wenn es richtig billig ist, automatisch auf eine höhere Temperatur setzen. Also das läuft dann einfach über das Smart Home System und das ist dann wie ein thermischer Energiespeicher. Ja, und das klappt auch alles sehr, sehr gut bisher. Da werde ich auch nochmal genauer euch berichten und nochmal zeigen, was es dann am Ende bringt und ob ich überhaupt billiger bin als mit normalen Anbieter. Mal sehen. Okay, die zweite Idee ist praktisch, den Akku zu laden, wenn der Strom richtig günstig ist und dann in teuren Phasen wieder zu entladen. Und das ist meistens dann, wenn zum Beispiel nachts der Wind richtig bläst und tagsüber dann halt nicht mehr. Und der Unterschied kann dann durchaus mal 10 bis 20 Cent betragen. Also innerhalb von ein paar Stunden, so schnell geht das. Und wäre ja auch im Sinne der Energiewende, denn ich speichere dann ja den Windstrom, der ja auch durchaus eine Überproduktion sein kann und dass halt möglicherweise auch Windkraftwerke abgeregelt werden müssen und gebe ihn dann später wieder ab. Ja, also nutze ihn dann. Klar macht man Verluste durchs Laden und Entladen, aber das kann ich alles berechnen und automatisch regeln. Und wie oft das dann wirklich passiert, weiß ich auch noch nicht. Ich bin da wirklich gerade aktuell dran und das werde ich euch auch auf jeden Fall alles berichten. Und die Software, die ich da schreibe, könnte dann auch alles haben, alles open und so. Aber das ist immer klar bei mir. Aber jetzt ist die entscheidende Frage. Ist das erlaubt? Und hier schon wieder alter Vater. Das ist ohne Scheiß. Die verdammte Frage darfst du vermutlich gar nicht erst stellen. Keine Ahnung, warum ich immer wieder so dumm bin, aber okay. Pass auf. Und bitte erwartet jetzt nicht, dass sie irgendetwas davon versteht. Das ist einfach eher zur Belustigung. Jörg von meinem Tech-Blog hat mir jetzt Folgendes gezeigt. Da sind jetzt verschiedene Speicherkonzepte aufgezeigt und es steht dick drüber, den Speicher aus dem öffentlichen Netz zu laden ist nicht erlaubt. Also geht es anscheinend nicht. Scheiße. Da habe ich mir gedacht, okay, ich frage trotzdem nochmal bei Tibber nach. Dann habe ich da angefragt und die haben sich offensichtlich dann durch den ganzen Papierkram gekämpft. Das ist relativ viel Zeug, was da existiert an Regeln. Und vielen Dank dafür. Fand ich total nett. Und nach dem ganzen Durchkämpfen waren die der Meinung, dass ich tatsächlich nach den gesetzlichen Regelungen noch einen zweiten Zähler brauchen würde. Damit ich irgendwie immer nachweisen kann, wie viel Strom jetzt irgendwie oder dass kein Strom aus dem Akku ins öffentliche Netz geflossen ist. Weil es könnte ja sein, dass ich den Strom für 20 bis 30 Cent einkaufen möchte und ihn dann wieder einspeisen möchte für 7 Cent. Das ist ja die Einspeisevergütung. Und damit würde ich ja permanent 13 bis 23 Cent Verlust machen. Klingt echt so, als würde das jeder machen wollen. Also total sinnvoll. Isn't it ironic? Yeah, ironic. Aber okay, damit nicht genug. Ich habe sogar noch eine dritte Aussage. Ihr merkt schon, das ist halt wieder so ein Moloch. Und Ralf, der auch öfter bei meinen TechBlogs unterwegs ist, der ist EEG-Experte und hat mir das Ganze nochmal genau erklärt. Und es ist so, du darfst mit dem Akku einspeisen ins Netz oder auch aus dem öffentlichen Netz laden. Aber, und das ist jetzt wichtig, nicht beides auf einmal. Das muss technisch sichergestellt sein. Und was auch noch wichtig ist, das hängt ab von dem Jahr, wo ihr eure Anlage angemeldet habt. Also in diesem EEG, also dem Erneuerbaren Energien Gesetz seid ihr dann. Es gibt nämlich auch noch verschiedene Versionen davon. Und dann, je nachdem, ist es leider ein bisschen komplizierter. Okay, bei mir ist es, ich bin im relativ neuen EEG drin. Und tatsächlich ist es bei mir so, dass der Akku gar nicht einspeisen kann. Denn mein Akku hat keinen eigenen Wechselrichter, sondern der hängt an dem Hybrid-Wechselrichter, der sich dann um alles kümmert. Also um den Akku, PV, Netz und so weiter. Ich habe dann einen dicken grünen Kasten und der regelt halt einfach alles. Und der ist so eingestellt, dass der Akku immer nur so viel ins Hausnetz drücken kann, wie ich jetzt gerade auch verbrauche. Also das heißt, für den Zähler ist das quasi immer nur eine Null. Für den ist das dann egal. Der sieht immer nur eine Null. Und laut seiner Aussage, also laut Ralfs Aussage, reicht das. Und der Wechselrichter kann natürlich nicht perfekt regeln. Also das heißt, hin und wieder kommt dann, ich mache jetzt gerade mal irgendwie einen fetten Verbraucher an. Der Verbrauch geht richtig in die Höhe. Und dann kommt er nicht so schnell hinterher. Das heißt, so ein bisschen geht trotzdem raus. Aber das ist in Ordnung. Also diese kleinen Schwankungen sind wohl in Ordnung. Da gibt es auch eine Bagatellgrenze, soweit ich das verstanden habe. Also laut ihm darf ich das. Klingt technisch für mich auch am plausibelsten, um ehrlich zu sein. Aber was ihr hier seht, und das finde ich halt auch so krass, das ist halt wieder so ganz typisch. Die haben hier drei verschiedene Aussagen. Und die erste war ja auch irgendwie eine ganz offizielle. Auch die zweite von Tibber. Die haben sich ja richtig damit auseinandergesetzt. Das soll gar keine Kritik sein, sondern das ist auch schwer. Was zeigt uns das? Das versteht einfach keine Sau. Das ist viel zu kompliziert. Also nicht mal die Stellen, die es eigentlich sollten, verstehen den ganzen Mist. Ich hoffe, euch hat der kleine und natürlich auch etwas satirisch aufbereiteter Ausflug in die Welt der Bürokratie und der Regularien des EEGs etwas Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Auf akkudoktor.net gibt es auch einen kleinen Link, da könnt ihr uns finanziell ein bisschen supporten, wenn ihr das wollt. Denn letztlich ist es hier alles echt immer noch ein Freizeitprojekt, was viele nicht wissen. Also ich mache das wirklich privat in meiner Freizeit. Ich habe noch einen Hauptjob. Und okay, aber ansonsten sage ich, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.